F3-Weltmeisterschaft 2018, Tag 3. Wir haben jetzt kurz nach halb 5. Es wird also doch noch gestartet heute. Wir stehen kurz vor dem Zero Flight. Tim Traver von Team USA wird diesen machen. Und dann wird Markus Meissner die zweite Gruppe von Runde 6 als erster beginnen. Wir werden sehen, ob wir heute noch eine Gruppe durchkriegen. Die Konditionen sind sehr spärlich, aber es ist legal. Also wird es sicher nicht sehr schnell werden, aber wir werden jetzt sehen, ob das was gibt. Bis dann. Tschüss.